Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Prototype 2 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, weiter geht's. Und mit der Folge, ich möchte diesen Baum, ich möchte, das ist ziemlich neu, betreten. Das sieht aus wie ein großes Loch. Dann muss ich sie wohl sprengen. Was denn das Wort ist? So, braucht ihr Hilfe, Jungs? Hier ist ja was los. Ich will den Soldaten da aufsaugen. Wo geht denn das? Kannst du mal an eine Stelle gehen, wo du nicht beobachtet hast? Nudem mal. Jetzt. Ah, jetzt kann ich aber nicht. Jetzt geht's. Werferfertigkeit verbessert. Werferfertigkeit verbessert. Werferfertigkeit verbessert. Gut, dann würde ich sagen, eliminieren sie die, die Nummer hoch. Wir geben sie sich in die nächste Kammer. Ah, wechseln. Greifen mich aber auch nicht an. Doch. So mehr oder weniger greifen sie mich an. Zerstören sie die infizierten Fol- Wäääh. Was ist das denn, dicker Boden? Ich sehe zwar kaum, was ich mache. Die Kamera, bis es ein bisschen scheiße ist. Ey, so ein Digger müsste doch eigentlich ein bisschen mehr Masse geben, ne? Geben sie sich in die nächste Kammer. Oh, 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 oh. Wieder ein Jackanaut. Siegen sie die Jackanaut. Ich hänge in der Ecke fest. Dann können wir, wenn ich dich aufnehme, kriege ich wieder eine Möglichkeit. das ist gut da kommt ich sehe nichts es geht natürlich zurück weil du natürlich er wollte ranken verbessert nutzen wir ja gerade gar nicht schön dass es verbessert sind komm genau finische ihn bau besiegt lingeln meadows ja gut letztendlich bezieht sich immer aufs gleiche geh dahin töte die aber es macht tierisch spaß es ist echt schönes hack und slack sozusagen besser als diablo ruhe im bau was sie des wortes nice hat spaß gemacht haben wir ja noch einen zweiten dann machen wir mal ich frage mich immer noch um die ganzen anderen sachen nicht da bestellt werden ach komm wir machen den zweiten bau jetzt auch noch dann haben wir das in einer folge zwei bau aus ich nehme es immer noch in der aufnahmesession die so ab folge ich glaube folge 4 weiß nicht wie welche folge sind wir doch jetzt locker mal folge 20 oder schon zu sein es macht immer noch tierisch spaß das spiel wenn ich nicht so müde wäre wird es noch weiter spielen aber bin echt schon ein bisschen müde es ist zwar kurz vor sieben aber ich bin seit um zwei auf dem bein ich muss noch die videos für heute noch zwei drei videos online stellen es fällt auch keinem auf wie er da überein drüber fliegt da ist der nächste bau das ist ein bisschen zu kalt zerstören sie die infizierten pusteln zerstören sie die infizierten pusteln ich glaube der bau ist ein bisschen schwieriger faja ist ich meine fähigkeit darin brauche ich brauche eigentlich die genau die will ich haben nicht nicht Der kann ich auch aufsauen, der hat ein bisschen mehr. Wie kann ich das machen? Nr. 1 tot. Jawoll. Und... Ach Gott. Die Steuerung ist manchmal... Nein, er ist tot. Nein, es bleibt jetzt. Ah fuck. Da habe ich was verloren. Demnieren sie die üblichen Infizierten und übernehmen, den habe ich gelesen. Oh Gott, wenn das schon die erste Kamera ist, dann wird bestimmt noch ein paar Kammern kommen. Ups, also noch ein bisschen mehr ausweichen. Jawoll. Jawoll. Ja, ich sage ja, begeben sie sich in die nächste Kammer. Jawoll. Jawoll. Komm, ich... immer noch ein bisschen Biomasse mitnehmen. Aber das reichte schon. Ah, die Viecher sind eigentlich relativ farmlos, merke ich schon. Schuss. Den sind richtig. Erkunden sie den Bau. Aha. Ah, okay. Ein Evolver, zwei Evolver. Was war denn? Ein DNA absorbiert. Gebt nochmal Erfahrungspunkte. Nehmen wir einmal mit. Jawoll. Achso, das war es schon. Ja, das bin mir eifer. Das war ja easy. Mutationerland. Fortbewegung. Ein Meister der Beweglichkeit. Sprungfeder erhöhte Sprungdistanz um 25%. Erhöhen Sie die Gleitdistanz um 25%. Machen wir mal das. Das passt schon. Gut, Knuts. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Aber die haben mich natürlich erkannt. Das war schon gerechtfertigt. So. Was hat man denn noch hier in der Nähe so? Eigentlich gar nichts. Das ist immer so komisch. Das sind gar nichts angezeigt wird. Hm. Das ist komisch. Ja. Dann gehen wir mal zu Gehra. Machen wir noch die Mission. Oh nein. Da muss ich dich merken. Da ist voraussend ein Unfall. die mpcs sind nicht die klickendesten in dem spiel sage ich jetzt schon mal black box in der nähe nehmen wir doch noch mit black box geborgen lincoln meadows step clear or i will fire was fehlt hier gut dann nächste mission würde sagen ach seid ruhig ich glaube ich nicht so dran es scheint zu gut um wahr zu sagen die bläck war es will ein heilmittel gegen die märze wird es glaube ich nicht so ganz weit leid commander gallagher des red crown infektive forzen have control of the bridges leading to the red zone interrogative ist die white light ready to deploy roger that red ground we have white light canister on the ready we're clear the way still got a bad feeling about this white light so hin hin jagen ab sie kommen wenn der kalle ässe das kommt von da das is right so right ground white light deployment is in effect es kommt von hier irgendwo das kommt von da ich da wir sind immer noch nicht da sommer scannen aber das ist schon eher sein ah verdammt und muss er irgendwo sein muss er irgendwo sein da in der Mitte ist er hier 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 Das ist Commander Gallagher. White Light wurde in Grid 07 gelegt. Testen für die Träne zu eröffnen. Ah, verdammt, ich bin in der Nähe von so einem Scanner. Na komm, nimm das mit dir. Ah, du bist auch so einer. Das war mir so klar. 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 Red Crown, das ist Cottonmouth 2-1. Hostel hat uns gerade attackiert. Und er schießt Gallagher. Und Gallagher ist infectiert. Copy Cottonmouth 2-1. Reconfirte Gallagher. Over. Er ist... er ist einer von ihnen. Reconfirte Orders. Copy 2-1. Stand bei. Over. Huh, der Typ ist echt schnell. Äh, ach man. Ja, ist okay. War zu langsam. nee, ich gucke mich an. Spannende Gallagher, das ist Red Crown. Infective forcesen zu haben. Auf controls die Brände gestiegen zu der Red Zone. Interaktiviert. Ist die Blattarschling bereit für währenddrinse? Entstanden. Aufmerksam. Wir haben Blattarschlinge auf den Adi. Wir werden czyteln. Entstanden. Viel strengthening an der Regulatione? Was ist damit noch nie? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du sollst es besser wissen, als ich so wie das was zu machen wollte... Ich dachte, ich werde einen von dir gehen. Ja, lass mal mit Autos nach mir. Wow, ist der schnell. Scheiße, ist der schnell. Hab ich keine Chance in der Erzeugung? Du bist gar nicht besser als diese Menschen! Du bist gar nicht besser als diese Menschen! Alex Mercer hat keine Erzeugung! Und ich auch nicht! Also was machst du jetzt? Stopp! Was machst du denn? Was hat er denn? Jawoll! Oh, was wird er noch überlebt haben? Ja, sag ich doch! Oh, was ist der Typ? Der Typ ist echt auch krass! Besiegen Sie Commander Galangaro! Oh, der macht ganz gut Damage! Was ist das mit dem Ausweich mal noch besser? Ah, verdammt! Was ist das mit dem Ausweich mal noch besser? Ah, 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 ah! Arbeit, den Krieg ist, den Krieg ist! Das ist deine letzte Chance! Mercer-Mate! Du hast keine Ahnung, was du in der Mitte bist! Also du sagst, das weiße Licht kann mutieren? Nein, 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 es ist sehr mutierbar! Es ändert sich nicht, aber wir können es ändern! Okay, in was? Du bist nicht verstehst, was ich sage? Es verändert sich nicht in andere Dinge, aber es kann auf weitere Fähigkeiten führen. Machst du Dinge in addition zu was das was designed für... Du sagst, dass wir es... was? Neue Fähigkeiten? Klar, ja, das ist genau das, was ich sage. Äih, 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 äih! Jetzt werden wir ein paar realen Angriffe machen. Ja, was Neues! Halten Sie für einen Tornadoangriff! Krass! Jetzt ist das eine verdammten Quartelbeidigung da drin! Klinge! 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 Finden Sie den Alarm! Ja, komm, wirwechseln mal. Mission abgeschlossen! Das weise Licht! Vater, der Kommander aus dem White Light Program. Es wird wohl, dass er einer von Mercers die Erfolge erfolgt. Erfolgt? Was würden sie mit der Vergrößer für das Virus willen können? Keine Verweis, die eine, die die Infektoren erzeugen kann, die Mercers er veiligeralt, macht nicht Sinn. Ich muss das Ding herausbekommen, bevor es zu bald ist. Und das ist wahr. Eroberung der Burg. Ähm, was haben wir denn jetzt alles? Gut, dann machen wir mal den auf den und den auf den. Gut, Knut. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. 20 Minuten sind schon lange wieder um. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es aber in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Border Type 2 mit mir, dem Sascha. Bis dann, ciao.